Moin Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten heute mit dem Hot Chili Lover Chicken von Burger King. Und was ist das? Zieht euch das Ding rein was ich da bekommen habe. Das sieht ja nicht mal annähernd, überhaupt nicht annähernd so aus wie auf den Fotos. Schade, aber wir checken nach Gewichtscheckung und das ist weit weg, weit weit weg vom angepriesenen Gewicht. Sehr schade, total mickrig klein und der Geschmack ist fein, aber jetzt nicht überwältigend muss ich mitteilen. Der Hot Chili Lover Chicken ist irgendwie viel zu teuer für sein unterdimensioniertes Gewicht und im Geschmackssinne ist es eine gute Konstellation ohne Frage, aber es haut einen jetzt auch nicht um. Und der Proband, den ihr hier seht, ist eigentlich eine totale Memme in Sachen Hot Food, aber er schiebt sich das Ding ja in die Chiemen. Was sagt den BK dazu? Für alle, die es hot mögen, der Hot Chili Lover Chicken mit Tabasco Soße, scharfen Jalapenos, feurigen Angry Onions, die ich irgendwie suche, ich glaube da ist nur ein oder zwei von den Dingern drauf, saftigem Chicken und das alles in einem Red Chili Bun. Ein wirklich scharfes Teil, trauen wir uns? Klar, nur bei Burger King. Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, da habe ich mir viel mehr von erwartet. Die Schärfe kommt, das ist ohne Frage richtig, aber trotzdem, wenn der Proband das schafft, dann schafft ihr das schon zehnmal zu essen. Denn hier kommen 671 Kilokalorien auf euch zu. Das sind 78 Gramm Kohlenhydrate, davon 15 Gramm Zucker, 24,3 Gramm Fett, davon gesättigt 6,7, Proteine 30,7 und Salz 1,9 Gramm. Also ihr seht, ein total fettmachender Burger, der in meinem Fall hier viel zu mickrig ausgefallen ist und das ist nicht der erste, der so teuer ist und nur und fast 80 Gramm zu wenig auf die ist nicht okay. Vor allen Dingen, weil die Burger immer teurer werden. Also der Hot Chili Lovered Chicken bekommt von mir, weil es viel zu wenig ist, nur eine 7 von 10, weil er mich geschmacklich jetzt auch nicht ganz so mitgenommen hat und alle anderen irgendwie im Netz sind am rumheulen, dass es so scharf ist. Dem ist gar nicht so. Also ich oder der Proband ist total die Scharfigkeitsmemme und kann sich diese Hot Burger reinballern ohne Probleme. Zu klein, nicht scharf genug und sehr teuer. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zunzun!